Musik Unser Gepardenweibchen Jamari hat das erste Mal Jungtiere, die nennt man in dem Fall tatsächlich Welpen. Und die hat fünf männliche und einen weiblichen Welpen vor etwa jetzt fünf Wochen geboren. Und diese fünf, die erkunden jetzt langsam aber sicher ihre Außenanlage und werden wahrscheinlich das Herz von vielen Zoo-Besuchern brechen. Unsere Gepardin hat tatsächlich die Literatur nicht gelesen. Man weiß aus der Literatur, dass bis zu fünf Jungtiere geboren werden. Sie hat jetzt sechs geboren. Die Gepardin nebenan, der durfte nur zugucken. Die Gepardin ist gedeckt worden im Zoo Münster im März und hat dann hier Jungtiere bekommen Ende Juni. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020